Was die Leute heute wieder reden, ist es nicht schön, was du da wieder hörst? Denn so reden die längst nicht über jeden, wirst ihnen fehlen, wenn du sie mal nicht mehr störst. Lass sie ihre spitze Zungen weizen, fang erst gar nicht an, dich gegen sie zu wehren. Lass sie hetzen, lass sie dich verpetzen, aber lass dich nicht zu ihnen gehören. Lass die Hähne ruhig ruhten, die haben nichts Besseres gelernt. Und sich mit ihren guten Puten noch nie vom rechten Weg entfernt, die können sich halt nicht verbiegen. Nicht mal dafür reicht ihre Kraft, und darum können sie auch nicht fliegen. Oft probiert und nie geschafft. Die musst du wirklich nicht besiegen. Lass sie nur schmoren in ihrem Saft. Die musst du wirklich nicht besiegen. Lass sie verschmoren in ihrem Saft.